Das ist jetzt unser Renatus. Renatus ist wirklich ein bildhübscher Kerl und sehr zutraulich und auch angenehm mit den Hunden, mit den Hühnern, sogar mit den anderen Hähnen. Hier seht ihr meinen lieben Mann. Quatsch, Niki. Hey, Benni. Mein Gott, jetzt vergesse ich schon die Namen. Da hinten. Immer zusammen, wirklich immer zusammen. Oder sagen wir mal, viel zusammen. Ingo und eine der beiden Hennen. Ich kann es jetzt nicht so ganz erkennen, es ist leider so weit weg. Und ich habe hier eine Brille auf und sehe immer nur im Vergleich vom Schwanzende, welcher dunkler ist, ist die Helga. Und mit den helleren, mehr helleren Händen, also Schwänzchen, Schweif, wie immer ihr es wollt, das wäre dann die Grenate. Vielen Dank. Vielen Dank.